Ich bin richtig enttäuscht. Ey Freunde, vielleicht sind das wirklich die letzten Aufnahmen, die ihr von uns seht. Was geht ab, Freundinnen? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hierauf. Danke, 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 meinem Kanal. Ungewohnte Location, denn ich bin tatsächlich in Köln bei dem lieben Moritz, aber der liebe Moritz ist tatsächlich selber gar nicht hier. Ich bin alleine! Denn jetzt heißt es auf jeden Fall nach Frankfurt fahren, denn wir gehen alle zusammen zwei Wochen auf Bali. Wir haben eine richtig coole Truppe zusammengestellt. Ich bin richtig, richtig high, was wir alles Geiles erleben werden. Ich hoffe, ihr auch. Also bleibt auf jeden Fall am Start und ich würde sagen, let's go! Wir sind angekommen am Flughafen. Let's go! Moin! Wir werden es noch auf die anderen der Gruppe treffen. Wir sind angekommen bei den anderen. Seid ihr ready? Let's go! Ready! You bet! So Freunde, jetzt geht's kein Zurück mehr. Wie nah ist eigentlich diese Linse gerade in meinem Gesicht, das geht eigentlich, Bruder? Tüüüüch! Freunde, ich war noch nie in einem Flugzeug. Und ich war eigentlich da oben, was ist das denn? Wir sind jetzt hier angekommen im Flugzeug. Wir haben einfach erste Reihe Plätze. Da oben ist wahrscheinlich jetzt gerade Moritz sich seinen Kaviar gönnen. Echt das green schon, wenn ich mir da so gl KonsDS hat. Und wir haben ja hier die normalen Plätze hier schon gesehen. Und jetzt haben wir gerade den Brehi gefragt, ob er mal zum Moritz hochdürft. Moritz hat sich nämlich die Business Class rausgelassen. Mit eigenem Bett und eigenem Fernseher. Zeig mal her. Boah, das schreckt dich unten, Alter. So, Freunde, wie fühlt es alle denn gut nicht? Riecht gleich ganz anders hier. Let's say, this is... Das ist ja noch mal, noch mal noch. And this is gonna be your Peenibot. You can step inside. Okay. And you can press this. Yes, goodbye. Das ist crazy. Jetzt geht's los hier. Hahaha. We have a shower actually. Alter. Einfach eine Dusche im Flugzeug. Freunde, hier gibt es einfach eine Bar. Im Flugzeug, einfach eine Bar. Boah, das ist echt noch mal was ganz anderes, wie bei uns unten. Also, das ist echt, das ist richtig, richtig crazy. Yeah. Es ist auch schon der nächste Tag, Freunde. Und wir sind auf jeden Fall noch gut in der Villa angekommen. Und es ist wirklich so heftig hier. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich zeige euch einfach mal als allererstes die Aussicht aus meinem Zimmer. Schaut euch das einfach mal an. Einfach hier im komplett fetten Pool. Mit dieser Aussicht wache ich jeden Morgen auf. Ich zeige euch mal unsere Villa so im Schnelldurchlauf. Also, das ist hier auf jeden Fall mein Zimmer. Dann habe ich hier noch auch ganz entspannt ein eigenes Bad. Hier aus meinem Zimmer geht es dann raus. Hier ist nochmal genau das identische Zimmer. Dann steppt man dann hier rüber. Hier ist übrigens dann so der Eingangsbereich auf ganz entspannt mit so einem kleinen Brünnchen. Dann steppt man auf jeden Fall hier entlang. Da kommt man dann zu der anderen Seite, wo auch wirklich ein Baba-Zimmer ist. Und zwar hat dieses Zimmer einfach auch noch einen eigenen Balkon. Das ist wirklich auch so unglaublich heftig. Aber Freunde, das Highlight in dieser Villa ist einfach dieses offene Wohnzimmer. Schaut euch das einfach mal an. Wir chillen, wir haben es immer auf ganz entspannt. Hier ist auf jeden Fall unser fetter Esstisch. Und schaut euch mal diese View hier an mit diesem Pool. Hier ist auf jeden Fall die Gang, Freunde. Was geht's? Hier wird scheiß ich gekocht. Alter, ich werde hier gut dargestellt in deinem Blog. Das freut mich. Was machst du da? Lass ihn mal probieren. Boah, kommt gefährlich. So. Hier ist die Gang auf jeden Fall am Start. Unser Fitnessfrühstück hier. Also was machst du hier? Ex. Hier ist dann auch der liebe Chris. Hier ist die Trap House Kitchen rumklar. Oh. Daniel ist auch noch am Stissen. Moin. Einfach wirklich in Zane. Schreibt gerne mal in die Kommentare von 1 bis 10, wie krass ihr unsere Villa findet. Wir switchen auf jeden Fall die nächsten Tage noch zu einer anderen Villa. Aber jetzt heißen wir uns erstmal in die Stadt. Und bisschen was erleben. Let's go. So Freunde, jetzt geht's auf jeden Fall für uns zu Fuß zum Affenpark. Johannes Familie. Er hat mir so lange gesucht. Wir werden jetzt extra finden für ihn. Okay, Freunde. Wir sind jetzt im Affenpark. Der erste wurde schon gesichtet. Junge. Da ist einfach ein Bre. Der chillt einfach sein Leben, Digga. Er juckt es gar nicht. Entspannt, Digga. Spontan, wenn ich du wäre. Der Bre hat auch immer hier seine Plastikmasche. Oh, das ist echt. Oh. 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 Da hätte ich wohl gerade was geklaut. Junge, das wäre fast RIP gewesen, ne? Das wäre es gewesen. Egal, das ist spontan. Wenn ich tue, geht weiter. Was geht, Habibi? Alles klar? Ey, das ist einfach so crazy. Die sitzen hier einfach komplett random rum. Man läuft hier vorbei. Die entlausen sich auf ganz entspannt, Digga. Wo, Freunde? Da gehen wir jetzt hin. Mal sehen, ob das gleich auch so wild aussieht, wie auf den Bildern hier. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das Wetter ist leider ein bisschen krüft. Wir sind angekommen, Freunde. Sieht echt ziemlich wild aus. Dass hier überall in der Tour ist, das ist wirklich richtig, richtig schön. Dort kann man auch auf ganz entspannende Tour gehen. Das sehe ich mich auf jeden Fall auch gleich noch. Schaut mal diese View an. Das ist echt crazy. Abonniert alle Lieben. Yes, Sir. Freunde, neuer Tag, neues Abenteuer. Es geht los. Wir gehen jetzt rafting. Freunde, wer von euch nicht weiß, was rafting ist, wird jetzt hier mal ganz kurz ein Bild eingeblendet. Also es ist eigentlich so ein fortgeschrittenes Ding. Und es ist mitten im Dschungel. Allein der Weg dahin wird schon geisteskrank werden, glaube ich. Dieser Mann wird heute unser Guide sein. Could we die? Yeah. Okay, perfekt. First time rafting? Yes, first time rafting. Me too. First time rafting. Er sagt, er ist das erste Mal macht er rafting. Eben. Eben. Ey Freunde, vielleicht sind das wirklich die letzten Aufnahmen, die ihr von uns seht. Wir mussten auch gerade noch so einen Vertrag unterschreiben, dass wir die hier nicht haften. Und wenn wir sterben, dann sterben wir als ein Hero. So, wo sind wir hier gelandet, Freunde? Wo sind wir hier gelandet? What the fuck? Die Boote werden jetzt hier aufgeblasen. Jetzt geht es wirklich los. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Digga, weiss! Wir fahren hier einfach komplett steil. Die Junge, die ganz aussieht hier. Boah! Gut. Du bist einfach reingefallen, Digga, es sieht wirklich wie im Film aus, Freunde, schaut euch das an. Wo sind wir hier? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Freunde, bis jetzt war es ja wirklich ganz schön. Jetzt kommt der riesen Wasserfall. Oh, oh, oh! Das haben die gefahren. Oh, oh, oh! Oh, shit! Oh mein Gott, da sind wir gerade einfach runtergefahren. So, Freunde, es geht weiter. Jetzt geht es tatsächlich zu einer anderen, noch fetteren Villa, direkt in die Stadt, wo dann richtig Party abgeht. Weiter geht's! Yes! Wir sind angekommen in der neuen Villa und ich sag euch, wie es ist, das ist absolut crazy. Also die andere Villa war ja schon krass, aber das hier, das ist hier erstmal so quasi der Innenraum mit einem absolut fetten Pool. Hier ist dann so quasi mäßig Wohnzimmer, wir haben ja auch Leute, die hier einfach arbeiten, die quasi für uns kochen und einkaufen. Dann müsst ihr euch vorstellen, das hier ist ein Zimmer, das hier ist ein Zimmer, das hier ist ein Zimmer und das hier ist ein Zimmer. Die sind alle ungefähr identisch und ich zeige euch jetzt mal mein Zimmer. Okay, wir kommen hier rein in mein Zimmer. Dann ist das hier erstmal so mäßig irgendwie eine Sitzcouch, hier noch einen Stuhl und Tisch. Dann hier einfach mein Bett. Dann einfach hinter meinem Bett, eine fucking Party Party! Guckt euch mal an von hier, wie groß einfach dieses Zimmer ist. Dann geht's hier weiter in das Bad. Auf ganz entspannt hier einfach mal eine Regendusche. Einfach zwei Meter, man kennt ihn. Und dann hier noch auf ganz entspannten Tase in der Toilette. Ey, es ist einfach insane, Freunde, was ich in der letzten Zeit alles erlebe. Deshalb auf jeden Fall nochmal dickes, dickes Dankeschön an euch, dass ihr einfach so supportet und mir einfach das hier alles ermöglicht. Also wirklich, das ist doch einfach nur geisteskrank insane. Hätte mir das hier mal jemand erzählt, Moritz, was sagst du, Digga? Ey, ich muss sagen, es ist so hässlich, Junge, es ist so scheiße, wirklich. Ich hab echt noch nie so was ranziges gesehen, Alter, ich bin richtig enttäuscht. Okay. Ich hab selten so ein Adventure gemacht wie heute. Was machen wir? Und ich weiß echt nicht, wenn ich in der letzten Zeit so was Schlimmes gemacht habe. Ja, scheiße! Wir werden sterben, Digga.